Hallo, hier ist der Anthem von Wandermonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 23.02.2024 und was so ein bisschen anschieben helfen kann, ja, da hat richtig die Vorderräder hochgehoben, unser DAX mal ein gutes Stück durchgeschoben. Wir hatten, wenn wir uns an die Analyse für den Mittwoch zurückerinnern, gesagt, wenn er über die 17.80 kommt, kann er sich hier 1.20, 200, 250 schnappen, dann hat er hier ein bisschen gebockt und da hatten wir gestern gesagt, zum Donnerstag bleiben die Ziele gültig, aber er könnte auch mehr machen und haben die 3.10, 4.10 und 3.60 noch mit reingenommen und das hat er voll ausgefahren. Ja, auch dieses klassische rote Stundenkerze, ähm, nochmal, äh, oder, wie muss man sagen, ne, aufpassen, mit dem neuen Hochweh das annimmt, mit einer roten Stundenkerze und so weiter, haben bestimmt gestern auch in der Analyse gesagt, ich hab's mir jetzt aber nicht nochmal durchgehört, die kamen dann wirklich erst ziemlich spät und wurde auch vom Markt überhaupt nicht mehr angenommen, ne, also waren alle so auf Short getrichtert, der hat sich's leicht gemacht, die oben rauszunehmen. Wir sehen jetzt hier, dass wir wieder an unsere alte Linie heranspringen, deswegen würde ich für den Freitag gar nicht so viel erwarten, ähm, sollte der hier ein bisschen stärker reinkommen um 17.450, äh, dient das wahrscheinlich nur dem Zweck, hier noch ein paar Shorts rauszuhauen, die vom Vortag drin sind, das heißt, ich würde fast davon ausgehen, dass er in dem Bereich dann auch wieder zum Ermüden kommt, den wieder zurückpendelt, das darf dann gerne wieder auf die 4.10 sein, darf auf die 3.60 sein, ähm, 3.10, den, den Spielraum würde ich ihm jetzt hier oben geben, also quasi über meinem Pfeil, quasi hier, der, der alte Pfeil, der gesetzt war, dass er einfach von oben hier drauf sitzt und zur Seite pendelt, das wäre jetzt das, was ich am ehesten für den Freitag erwarten würde, sollte er aber, ähm, weiter optimistisch hier unterwegs sein, können wir ihm mal ein paar neue Ziele mit reingeben, die nächste Station oben wäre dann die 4.80, dann kommt 5.60 und der nächste richtig große Brocken, kommt er tatsächlich dann erst im Bereich um 17.800 wieder, ähm, kommen noch ein paar Zwischenziele, die hängen wir dann später mal rein, das machen wir jetzt im Tagesshop noch, ja, also, ähm, 4.80, 5.60, das wäre noch ein nächstes Ziel, aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er im Bereich hier um 5.60, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bei Aufwärtsgeprallen kommt, ähm, hier kurz über dem Hoch und dann aber wieder zurückzuckelt und irgendwie ins Seitwärts, das ist den ganzen Tag einfach seitwärts, das würde die Leute am meisten nerven jetzt, die, die Short drin sind, die wollen ja tief haben, die würden den ganzen Tag zittern und an den Zähnen knabbern, die, die jetzt hier long drin sind oder noch long laufen lassen haben, ähm, die würde das auch nerven, ja, weil er dann nicht mehr so richtig weiterkommt und, ähm, das würde nur die belohnen, die auf dem Niveau auf seitwärts spielen und das wird kaum einer machen und von daher, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er das jetzt hier an der Stelle auch erstmal wieder reindrückt und einfach wieder ein bisschen zur Seite schiebt. Gucken wir uns, wenn jetzt mein Auge, mein Augenlid zockt, dann sehe ich wieder irgendwo zwei gleiche Kästchen, wir gucken es uns bloß mal kurz an, sollte das nämlich hier fertig sein, dann könnte die Bewegung nämlich auch tatsächlich so schon vollkommen reichen, aber das ist sogar mehr, ne? Ne? Ha! 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 Mein Auge, das ist, kann schon was drauf geben, ja, ja, also die, die wäre tatsächlich sogar komplett, also würde vollkommen reichen, wenn der hier ein bisschen, am Freitag ein bisschen zurückfetert, ein bisschen zur Ruhe kommt, ja, das ist es. Tagesschart, hat man gesagt, ist aus dem Band, das heißt, ähm, das sollte Potenziale nach oben eröffnen, die hat er natürlich auch in Anspruch genommen, ja, und die wirklich hier auf der Ebene, können wir wirklich sagen, die nächstgrößere Bereich wird dann tatsächlich erst 17.800 bis 18.000 da oben wieder. Dazwischen ist für den Tagesschart das alles nicht so wichtig, was da liegt. Ja, also kann man hier fast sagen, das wäre nächste Bastion auf der Oberseite, das heißt, bleibt er dran, bleibt er auf grüne Kerzen, kann er das anspielen, auf Tagesebene wäre hier jetzt zum Beispiel nochmal wichtig, vielleicht von oben nochmal auf die 17.80 aufzusetzen, ne, vielleicht als Rücklauf, könnt ihr auch so sehen, müsste man jetzt gucken, wie stellt sich jetzt der Freitag, kippt der Freitag um, ähm, könnt ihr so einen Rücklauf einleiten, dann vielleicht bis Montag, Dienstag, hier noch ein kleines Tief reinstellen, sollte der Freitag natürlich jetzt hier oben raus weiter steigen, dann, ähm, solange der jetzt aus dem Band raus steigt, und das haben wir ja hier gesehen, wie sowas funktionieren kann, kann der Dax durchaus da auch noch Gutpunkte anreihen. Das muss ganz klar so gesagt sein, das muss ganz klar so gesagt sein. Ja, wenn er oben weiter liefert, ähm, Platz ist, 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 ist auf jeden Fall da. Ähm, warum haben wir jetzt überhaupt 87 geschrieben? Ich habe doch 800 erzählt. Hab ich vertippt. Ich hab sogar auch gesagt, ne? Na, ist egal, ihr wisst Bescheid. So, also, Platz wäre oben, würde ich aber nicht faszinieren, würde für den Dax eher, ne, ich glaube, der, der hätte mehr Spaß dran, jetzt ein bisschen zur Seite zu laufen, Leute sind ganz schön unruhig geworden schon, ja, ich glaube, viele, die da, ähm, auch mit der Bewegung überhaupt nicht gerechnet haben, obwohl sie, ähm, vom Bewegungsspektrum, dass das oben rausschießt, wenn der so ruhig zur Seite ist, man das immer wieder erzählt hat, aber wenn es dann kommt, dann überrummelt die Leute doch irgendwie, ähm, weil sie es in dem Moment, in dem Ausmaß nicht vor Augen hatten halt, ne, aber so viel ist es gar nicht gewesen, das ist recht moderat eigentlich, das ist kein besonders krasser Anstieg, das ist halt einfach mal wieder ein kleiner Sprung nach oben, so wie da auch, ihr habt es ja gesehen, die Kätzchen waren identisch, also, der Anstieg hier war genauso wie der, das ist 1 zu 1 zeitlich, wie auch Bewegungs, äh, von der Bewegungsintention, von daher, passt hier voll rein. Ich würde jetzt hier ein bisschen auf der Linie aufpassen, Punkt, Ende, aus, mehr kann ich auch nicht mitgeben, und würde mich, wie gesagt, auch überhaupt nicht wundern, wenn ich hier zur Seite schiebe, ja, würde mich schon fast wundern, wenn er eher oben rausrennt, aber auch dafür sind wir gewappnet, haben ein paar Ziele mit einer Reihe, und, ähm, ja, 6,50 nehmen wir da oben noch ein, hier auf 2-Stunden-Ebene, und dann sollten wir alles, alles drin haben, was hier relevant ist. Okay, dann, äh, belassen wir es dabei, wünsche euch viel Erfolg, ein gutes Gelegen, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschöö. Und dann, äh, belassen wir uns morgen wieder, bis dahin, tschöö.